Ich hasse alles. Ja, er hat gerade so Daumen nach oben gezeigt, als ich meinte, ich will Bernd Höck in die Eier treten. Gewalt! Also, huuuh! Frühstücken. Oh mein Gott! Ich muss noch so viel organisieren, jetzt geht der Morgen, ey, so ätzig. Wenn du dir vorstellst, dass Leute normalerweise echt oft um diese Uhrzeit auf Arbeit gehen, das ist doch... Aber eben auch dementsprechend schlafen gehen. Achso, ja. Na gut, aber sonst... Nee, ich finde einfach, das verstößt irgendwie gegen Genfer Konventionen oder sowas. Hallo Leute! Ja, guten Morgen. Also, ich finde auch, dass vor zwölf Uhr aufzustehen körperliche Verletzung ist. Ja. Oh, Alter. Aber wir sind schon auf Sendung. Oh, guten Morgen hier bei der Brennpunkt Internet Morning Show. Hier mit Robin Osterer. Ja, und Tino, wir sind super fit. Es ist nicht früh um acht. Nein. Es ist... Für Radiohörer ist Sonntagabend um acht. Oder Sonntag um zwölf für die Podcast-Hörer. Ach. Je nachdem. The world is yours. The stage is yours. Es ist die Zeit, die ihr wollt, dass sie ist. Hallo, liebe Leute. Wir sind Brennpunkt Internet und wir labern irgendeine Scheiße über die letzten Wochen. Eigentlich nur über die letzte eine Woche, die vergangen ist immer jeweils. Und erzählen euch, was im Internet so abgeht. Hey, lasst mich da in Ruhe. Aber es ist früh am Morgen. Es ist meine Schuld, ja. Also ich hatte gestern... Also wir haben zwei Möglichkeiten aufzunehmen. Donnerstag und Freitag. Und ich habe am Donnerstag einen Dreh gehabt. Und heute am Freitag muss ich dann noch zur Uni. Ich habe eine große Graduierungsfeier. Oha, das interessiert mich. Das ließ sich nicht verschieben. Und deswegen sitzen wir jetzt hier morgens um acht am Freitag. Das ist schlimm, wenn man die Augen gar nicht so richtig aufkriegt. Also ich bin ungefähr halb drei eingepennt, habe ich so geschätzt. Ich habe dir kurz vor zwei geschrieben. Und dann guckt man halt auch ein Video. Ich habe halt gestern noch Mr. Plinkett die Star Wars The Last Jedi Review angemacht. Und habe die Dreiviertel durchgeguckt und jetzt geht irgendwie 40 Minuten oder so. Ja, das ist selber dran doof, wenn du weißt, du musst aufstehen. Nee, ich war einfach... Ich war halt... Guck doch, Alter. Ich schreibe dir halt um zwei. Ich war einfach übelst fit. Ich will halt... Nachts, Alter. Weißt du, was bei mir nachts abgeht? Will ich gar nicht wissen. Da gehe ich erstmal richtig steil. Aber eigentlich muss ich ein bisschen upbranden, denn es ist alles scheiße. Also heute wird eine richtig gute Sendung. Das weiß ich jetzt schon. Hallo, liebe Leute. Also, ne? Brand.internet. Also, mein Thema der Woche ist, ich habe einen Fehler in der Matrix gefunden. Okay. Und zwar Schuhgrößen. Okay, okay. Ich habe nämlich schon ewig Schuhe, die ich jetzt auch gerade trage. Und auf einmal sind die mir zu klein geworden. Und ich kann mit fast 26 eigentlich nicht mehr wachsen. Und die sind mir jetzt nicht zu groß in der Länge. Meine Füße sind breiter geworden, glaube ich. Vielleicht ist eine kleine tote chinesische Kinderhand vorne reingerutscht. Muss man mal nachschauen. Kann sein, dass die ein bisschen verschoben ist. Aber es gibt doch Schuhgrößen, so von 30 bis 100 irgendwas, keine Ahnung. Aber haben denn alle Menschen mit Schuhgröße 40 auch die gleichen Schuhbreiten? Hm. Es gibt ja nicht wie bei Hosen, so 30, 32, so Länge, Breite. Es gibt bei Schuhgrößen nur die eine Größe. Ne, ich glaube, das ist alles Bullshit. Meine Mutter hat früher auch schon gesagt, ja, das ist eine XYZ, aber die fällt groß aus. Bla. Also, ich glaube, die machen das da alle. Wie gesagt, diese kleinen chinesischen Kinderarbeiter da, die deine Schuhe zusammenklöppeln, die haben ja auch keinen Plan, ja. Woher sollen die wissen, was eine Größe 42 ist? Die haben doch keine Ahnung von unserer geilen westlichen Welt. Die kennen meine Füße überhaupt nicht. Ja, das auch nicht. Ja. Ich kenne die gut. Die Kinder haben meine Füße, ja. Die sind sehr schön. Beide. Dankeschön. Ja, das geht bei uns ab. Wir machen nämlich immer, bevor wir in die Themen einsteigen, damit ihr so ein bisschen eine kleine persönliche Verbindung zu uns habt. Da reden wir über persönliche Sachen. So auch die Scheiße, die mir passiert ist. Ja. Ich war fucking nochmal beklaut. Ja. Ich drehe euch allen die Kniescheiben raus. Du tatest mir echt voll leid, ey. Ich war zwar dann gemein, als ich dir geschrieben habe, aber ich fand es eigentlich gar nicht lustig. Es ist einfach reundlich. Also, ich habe es im Stream schon bereits gesagt, wenn es eine Person ist, die einfach nur wirklich flinke Finger hatte, weil ich habe meine Bauchtasche an einen Baum geknotet auf Kopfhöhe. In einer Stadt. Ja, beim Bauhausplatz. Eingang habe und mir vielleicht auch direkt was auswischen wollte, aber da gibt es einige Anzeichen für. Du meinst eine Person, die dich kennt auch? Ja, also was heißt kennt vielleicht, nicht wirklich kennt, aber zum Beispiel, ja, da gibt es so eine Gruppe Asozialer. Die vermüllen den Platz die ganze Zeit, hören dann auch irgendwie, das ist wieder, da flattert dir wieder das Herz, hören dann Freiwild und so und sagen... Alle kriminell. Ne, das meine ich nicht, aber in den Liedern heißt dann halt so, wir müssen unsere Heimat erhalten. Und dann so ein Linksradikaler wie du, der da auf dem Skatepark da rumskatet und seine Bauchtasche da wie so ein Kippie... Ja, warum, dass ich dieser Gruppe jetzt bereits zweimal gesagt habe, dass ich das übelst reudig finde, wie sie diesen Platz versüffen und alles da umkippen und so weiter und so fort. Das hat noch ein Nachspiel, liebe Gruppe, denn das Bauhausmuseum hat ja Videoüberwachung, ihr Assis. Wer auch immer das von euch war, noch habt ihr Zeit, ansonsten gibt es Probleme. Kann schon sein, dass sie jetzt, dass sie wissen, wer du bist und recherchieren, wenn sie auch nicht vorher wussten, wer du bist, dass du YouTuber bist und Podcaster und so, da kann es ja sein, dass sie jetzt durch deinen Ausweis und so wissen, dass du das hier machst und jetzt hörn dich herein, um zu gucken, ob du auch darüber sprichst. Jetzt flattern denen alle Ohren, die sie haben. Der Punkt ist ja auch, wir sind hier nicht nur am Nabel der Welt, wir sind hier am Nabel von Weimar. Jeder hört uns in dieser Sendung, in ganz Weimar. Wenn sie was gesehen haben, Aktenzeichen, XY... Ich würde an dieser Stelle jetzt eine kleine Hexenjagd ausrufen, dass jeder in der Stadt sich mobilisiert, seine Mistgabeln zusammensammelt und die Person, die das war, einfach mal lynscht, so richtig auseinander nimmt. Also lynscht im Sinne von ansprechen und sagen, pass auf, das war nicht in Ordnung, gib alles wieder her. Vor allem Schlüssel und Ausweis und vielleicht auch ein bisschen Geld davon, kann nicht schaden. Ja. Der Ausweis, Alter, der war so geil. Ich hab den vor einem Monat erst bekommen. Du warst ganz stolz darauf. Und mir hat da schon alles geschlackert, so viel Geld zu bezahlen für so einen scheiß Ausweis, weil theoretisch kannst du auch einfach den Reisepass dabei haben, aber der ist halt ein bisschen groß für Portemonnaie. Hab ich ja jetzt eh nicht mehr, von daher egal. Bin ich halt jetzt mit Reisepass unterwegs. Ja, und gerade frisch gemacht, extra ein geiles Bild. Ich saß oberkörperfrei in dieser Box drin, hab witzige Sachen gemacht. Wie dem auch sei. Aber was mich beschäftigt hat, war auch das Bild, was du in die Telegram-Gruppe gepostet hast, in die man kommen kann für eine kleine Spende. Ja, 3 Dollar im Monat auf Patreon. Da saßt du vor einem Plakat, was gegen Kindeswissbrauch gemacht worden ist, wo so zwei Füße im Bett liegen und so Babyfüße unter so einem Erwachsenenfuß, so zwei Füßen. Und ich frage mich, wie das Bild entstanden ist, ob da echt so ein Mann auf dem Baby drauf lag und die Füße ausgestreckt hat, weil es passt ja ökonomisch überhaupt nicht. Also nicht ökonomisch, physikalisch überhaupt nicht. Ja, also das Kind wäre dann wahrscheinlich auf Penishöhe mit dem Gesicht. Ja, richtig. Ach so, dann stimmt's doch wieder vielleicht. Ich dachte, das macht doch keiner, aber jetzt macht's Sinn. Die hatten richtig Spaß beim Fotoshooting. Jetzt sind wir schon acht Minuten drin. Es sind ja auch Themen, die uns persönlich beschäftigen. Das stimmt, ja. Meine Schuhgröße und dein geklautes Portemonnaie, das sind wichtige Sachen, die, finde ich, auch in der Weltgeschichte festgehalten werden sollten. Wenn den Podcast hier Menschen hören, in 2000 Jahren und den irgendwo ausgraben, um zu gucken, wie die Menschen damals gelebt haben, ist es eine wichtige Information. In 2000 Jahren gibt's ja nichts mehr. Wir haben alles in den Boden gestampft, das ist alles tot, Mann. So, wir passen auf. Ich geh jetzt mal da nach nebenan mit einem symbolischen Kaffee machen. Mach ich nicht, weil ich keinen Kaffee trinke, aber ich suche mal ein Taschentuch. Und dann kommt, achso, du hast welche. Ich bin doch ausgestattet. Dann muss ich jetzt trotzdem symbolisch dahin gehen, wartet. Ich geh da jetzt hin. So, aha. Warum ist hier eigentlich das Licht an? Für wen ist denn das Licht an? Wir sitzen hier sehr weit entfernt voneinander, deswegen muss er einen weiten Weg laufen zu mir. So, jetzt hab ich hier meinen Kaffee, Moment. Also ich möchte hier keine Werbung machen, ja. Es gibt so viele schöne Taschentücher, aber Tempo, diese lilanen mit sanft und frei drauf, da ist so ein Parfüm drin und so eine Creme. Würdest du mir gerade Parfüm? Nein, aber die saugt... Weil ich riech ja nichts. Achso, ja. Und du stoppst mir ja gerade dein Chloroform in die Nase. Nein, aber nicht nur Chloroform, die bleiben auch weich. Du kennst es auch von Taschentüchern, wenn die so eklig hart werden und wehtun in der Nase. Oh ja, das ist ganz unangenehm. Guten Morgen, alles gut. Hallo, na? Komm rein. Und wenn du die benutzt ganz oft, dann bleibt das weich und du kriegst keine rote Nase. Oha. Das ist richtig geil, das Zeug. Na, dann werde ich das Taschentüch jetzt ein paar Wochen behalten. Mach das mal, wirklich. Geil. So, Leute, jetzt bin ich super fit. Ich habe jetzt keinen Kaffee geholt. Das ist der absolute Wahnsinn. Jetzt kommen wir aber mal richtig schön zu den Themen, würde ich sagen. Allen voran wollen wir jetzt oder am Ende der Sendung zur Landtagswahl ein paar Worte verlieren. Denn das ist in Thüringen ein großes Thema, liebe Podcast-Hörer, die nicht aus Thüringen kommen. Es ist der absolute Wahnsinn. Wird hier Bernd Höcke gewählt? Am heutigen Tag, wenn ihr den Podcast hört, sind die Landtagswahlen. Also, wenn ihr nicht im Radio hört, habt ihr noch die Chance, wählen zu gehen. Macht das, liebe Thüringer. Es dauert vielleicht eine halbe Stunde, wenn ihr also hin, Rückweg und so maximal. Geht wählen, wählt irgendwas, aber wählt irgendwie, damit die Wahlbeteiligung hochgeht. Und mein... MCM macht aggressiv Werbung für die G-Wählen-Partei, Robin. Richtig, für die G-Wählen-Partei, für die G-W-R quasi. Auch die könnt ihr gerne wählen, aber macht es. Also, mein persönlicher Tipp ist es natürlich, wählt ganz unbedingt nicht die AfD. Ist mein Tipp, keine rechtsradikalen Parteien. Und wenn ihr auch gegen die AfD... Das ist so ein Lifehack, oder? Richtig. Auch ein Cheatcode fast. Wenn ihr nicht für die AfD seid und nicht wählen gehen wollt, seid ihr noch größere Spasten, als die, die die AfD wählen, dann wählt doch irgendwas, was nicht die AfD ist, damit die weniger Prozentpunkte kriegen. Das ist ganz wichtig. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, ich glaube nicht, dass Bernd Höcke der Ministerpräsident wird. Kann ich mir nicht vorstellen, weil er braucht einen Koalitionspartner. Merkt ihr nochmal, dass mit dem Ministerpräsidenten, das wird ganz viel später nochmal relevant. Ja, aber wollen wir wieder schätzen oder so? Voll gerne. Wir können ja ein Tippspiel machen. Ich bin halt gerade nicht mental auf der Höhe, hier so eine Hirnakrobatik zu machen und das perfekt zu wussten, aber keine Ahnung, dann machen wir halt hier die großen Fünf nochmal durch oder so. Die Partei ist die erste große Fünf auf jeden Fall. Die Partei auf jeden Fall. Ich habe aber keinen Plan. Ich glaube, in Thüringen sind die ganz gut dabei, oder? Also ich rechne mit 100% plus X, aber ich glaube, der Wähler, der ist einfach ein bisschen anders gestrickt als ich. Ihr habt halt auch faule Wähler bestimmt. Ich gehe von 1,2% aus. 1,2%. Maximal. Okay, krass. Ich dachte, die sind hier in Thüringen. Da war gerade ein Signal zu hören. Ja? Ja. Aber ist egal. Adobe Acrobat, wo ich gerade von Hirnakrobatik spreche. Ja, da ist gerade irgendwas reingeploppt. So, ich mache mal eine Tabelle hier. Gerade, ich trinke noch einen Schluck Kaffee. Ja, also ich sage 1,2%. 1,2%. Come on, ey. Ich gebe euch 2%. Ich sage es einfach. Ich sage es einfach. Komm. Also, wie gesagt, da kenne ich mich nicht aus, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass ihr... Ich habe Vertrauen in den Thüringen. Ne, es gibt ja die Prozenthürde, die 5%-Hürde. Das heißt, ich komme erst... Ne, die schafft er nicht. Also, ich komme erst in den Landtag rein. Ich bin jetzt zum Platz 2. Wenn wir 5% kriegen, dann kommen die ersten 5 ungefähr, schätzungsweise, kommen rein. Und gäbe es die nicht, würde ein 1,7% reichen. Ungefähr. Ah, okay. Zur Einordnung. Die Partei. Okay, dann gehen wir mal zur CDU. Äh, 0%. 0% sagst du? Ja. Liebe... Nee, liebe Radiohörer, prozentual würde ich sagen, seid ihr 80% CDU-Wähler, weil ihr alle 80 Jahre alt seid. Ähm, macht das mal nicht. Das ist ja noch, wenn das hier ausgestrahlt wird, Radio Lotte, da ist schon alles zu spät. Da ist es vorbei. Ja, ihr dummen Knechte, warum habt ihr das getan? Warum habt ihr nichts gelernt? Wir werden noch Flaschen reingebracht, aber nicht für uns. Nein, wir sind ja schon da. Also ich sag, CDU sind, ich sag, 21%. 21%. Ja. Das ist aber vergleichsweise wenig, oder? Fuck, ich merke gerade, dass ich von Thüringen auch nicht so geplant habe. Ich kann auch gar nicht gerade die aktuellen Umfragezahlen. Ich habe sie mir gestern zwar angesehen, so hat mir jemand gezeigt, aber ich habe mir die nicht gemerkt. Ja, ich hatte noch so grob die EU-Ergebnisse im Kopf. Aber die sind ja nicht so vergleichbar. Ja. Ja, wir haben auch so. Hast du einen großen Mund? Du hast gerade fast das Mikrofon verschlungen. Ja, das ist noch aus meiner frühen Porno-Actor-Side. Geil. Alter, Leute, es ist doch hässlich. Wer macht denn um 8 Uhr morgens irgendetwas? Das macht einfach keinen Sinn. Erst recht im scheiß Winter. Und ja, es ist schon Winter. Es ist so kalt, es waren gerade nicht mal 10 Grad. Ich habe Freunde, die machen Morningshows. Ja, die müssen irgendwie um 3 Uhr aufstehen. Die sind so bescheuert. Ich weiß. Die solltest du entfreuen. Mindestens auf Facebook. Nazis und Frühaufsteher. Ja, also komm. Nee, ich muss einfach Kontra geben. Ich sage einfach dann 20%. Ich will, dass die CDU einfach mal dumm ist. Aber 20% ist total unrealistisch. Nee, komm, ich will ja Punkte sammeln gegen dich. Ich sage jetzt 23%. 23%. Bin ich schon immer noch näher dran als du wahrscheinlich. Weil Thüringen ist doch völlig verrennt dort. Es ist doch abartig, was hier rumläuft. Wah. Ja, aber viele Rentner wählen auch die Linke. Ja. Aus Traditionsbewusstsein. Ah, stimmt. Ah, okay, fuck. Ich will auch dazu sagen, wir achten hier nicht auf die 100%. Also wir schätzen irgendwas, wie beim letzten Mal einfach. Ja, wir können ja nicht mit jeder Partei richtig liegen, ja. Apropos die Linke. Was sagst du zur Linken? Die sind ja aktuell die erfolgreichste Partei, ja auch in den Wahlumfragen waren sie am höchsten. Und sie stellen auch den Ministerpräsidenten, Bodo Ramelow. Oder wie ich ihn liebevoll nenne, Ramel Bodolo. Ja, Alter, hab ich ne Werbung gesehen. Es gibt ja diesen FDP-Mann hier, der relativ aggressiv Werbung macht. Kemmerich, ne? Genau, der denkt echt, der würde gewinnen. Und der, hier ist so ein Idiot, der hat nur 2000 Follower bei Instagram, ist ja bescheuert. Eben, und die Wahlplakate, das Zünglein an der Waage. Ich finde, bei Bodo Ramelow finde ich echt witzig, dass da kein Wahlspruch drauf ist. Da steht einfach nur Bodo Ramelow ganz groß auf so einem Riesenplakat. Der Name reicht. In Erfurt gibt es auch so ganz viele große Plakate nebeneinander. Und dann ist so irgendwie FDP, mehr Schulen, mehr CDU, mehr Unterricht. Mehr CDU. Die FDP sagt, mehr CDU in Thüringen. Genau, und die Linke so, Bodo Ramelow, Ausrufezeichen, unsere Meinung, die Linke. Meine, meine. Die Linke, ich sag... Ne, was ich sagen wollte, bevor du das sagst. Dieser Kemmerich hat Werbung geschaltet auf Instagram, die mir reingespült wurde, von Christian Lindner. Und Christian Lindner sagt dann ganz aggressiv gegen den Bodo Ramelow, dass der ja gar nicht geht. Alles ist besser als Bodo Ramelow. Das macht Kemmerich auch. Von dem hab ich ja nichts gesehen, weil der hat nur 2000 Follower. Das sagt ja auch irgendwie, FDP wählen und Rot-Rot-Grün abschaffen. Ekelhaft. Erbärmlich. Die Linke hatte vor fünf Jahren zur Landtagswahl, zur letzten, noch plakatiert irgendwie, oder zur vorletzten. Wir sind dann mal weg und haben ganz traurig geguckt, so auf ihren Wahlplakaten. Die Linke, ich sag 26%. Ja, 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 aber ich glaube, es könnten vielleicht jetzt ein paar linken Wähler zum Grün rüber switchen. Deswegen sag ich einfach mal, nee, ich sag nicht 23%, das wäre irgendwie, ich sag jetzt einfach mal 24%. Also kein großer Abstand von CDU und Die Linke. Wäre auch spannend. Wäre auch, ja. Oh, Alter, das juckt alles. Professionelles Radio, willkommen. Gehen wir mal zur SPD. Die sitzen auch derzeit noch in der Regierung, die sind ja Koalitionspartner, Rot-Rot-Grün, während Robin hier Akrobatik betreibt. Vorgesport, dumme Scheiße. Leute, wir kommen gleich zu den internationalen Themen. Es ist wichtig, Landtagswahl, komm. Ja, Landtagswahl in Thüringen ist, das ist schon wichtig, auch wenn ihr nicht alle Thüringer seid, die hier zuhört. Aber die SPD ist richtig im Abstürzen. Ich sage, die kriegen echt nur so, ich sage 11% für die SPD. Die SPD ist am Abstürzen, ja, ja, noch hat Jan Böhmermann da keinen Rettungsschirm drüber aufgespannt. Er tut's gerade, aber er ist noch nicht drin. Doch, er ist in der Partei drin, aber er will ja wieder austreten, wenn er nicht Vorsitzender wird. Okay. Das ist so eklig. Es muss doch auch diese Flair von morgen Sendung haben. Macht ja nichts. Stellt euch vor, The Big Lebowski macht, nee, der Small Lebowski ist ja, das rafft man ja immer nicht, ne? Der Big Lebowski ist ja gar nicht der namensgebende Lebowski. Egal, der macht eine Morgenshow, Morgenshow. Ich hasse alles, Alter, Leute. Habt Nachsicht. Wenn ihr mich unterstützen wollt auf Patreon, ist das Ding der Wahl auf jeden Fall. Das wäre ganz toll, denn ich bin jetzt arm. Tatsächlich. Es war halt alles drin in meinem Portion, war richtig geil. Ähm, ja, was weiß ich, ich geb denen jetzt, ähm, ich sag einfach zwölf, was weiß ich. Zwölf. Ich bin immer viel zu nah an dir dran, das ist scheiße eigentlich, aber es werden halt nicht so extreme Unterschiede sein. FDP gebe ich jetzt vier Prozent, die gehen mir auf den Sack. Hm, ich glaube, dass sie durch Christian Lindner und durch diese Kampagnen von Lindner wieder aufholen. Ich gehe von sieben Prozent aus bei der FDP. Gönne ich sie nicht. Ich gönne sie auch nicht. Die nerven einfach nur. Dann sagen wir jetzt mal die AfD. Die sind ja auch nicht weit weg. Oh, freie Morg, der reguliert sich selbst. Das sagt die AfD übrigens auch. Die sind auch sehr nah an der FDP dran. Die sind extrem wirtschaftsliberal. Äh, die AfD, da hatte ich das letzte Mal gesagt, dass, äh, der Wahlkreis, äh, Buchenwald hauptsächlich AfD wählt. Großartig. Gehört natürlich auch Ettersburg dazu, aber egal. Und, äh, die verhelfen denen, aber ich, ich, ich möchte es einfach nicht. Ich sage, äh, nee. Aber es sind bestimmt schon, es sind bestimmt schon irgendwie, sagt, zehn. Was? Zehn? Ja. Was ich sage, ich sage 26. Sech und zwanzig? Sech und zwanzig, aber hallo. Ist das in Thüringen so hart? Zur letzten Wahl hatten die 21 Prozent. Ach du Scheiße. Und die haben eher aufgeholt. Echt? Ja. In Thüringen auch so hart? Kannst du gerne noch korrigieren? Oh, nee, nee. Ich bleib bei zehn, ich hab recht, pass auf. Da guckst du aber blöd dann. Da wirst du dich ärgern, du. Aber mega, aber total. Ah, verdammt. Ja, AfD nur zehn Prozent. Ja, stimmt, Alter, ja doch. Alter, das ist viel zu früh am Morgen. Du bist morgens immer ein Wessi wahrscheinlich. Ja. Weil nur Wessis früh aufstehen. Gibt es noch relevante Parteien? Grüne, ach, die Grünen. Ja. Also nicht relevant, aber. Ich bin bestimmt schon bei 150 Prozent insgesamt. Guck mal, können wir gleich mal ausrechnen. Grüne. Ja, ich sag mal so, ich sag 14 Prozent. Dann sag ich 16, da gehen die Prozente, die ich vorhin bei der Linken erwähnt habe. Es geht nicht darum, wer die meisten Prozentpunkte hat. Doch. Das weißt du schon. Doch, ich sag 16. Weißt du, was erschreckend ist? Ich glaube, von den Linken wählen, dann gehen da ein paar hin. Ja, wird auch so sein, so ein paar zumindest. Aber der Hype ist ja wieder abgeflacht, total. So, was das Schrecklichste ist? Das Schrecklichste ist. Außer, dass es früh um acht ist. Hast du Wahl-O-Mat gemacht? Nee. Als Landtagswahl? Nee, noch nicht. Bei mir kamen echt beinahe 100 Prozent Piraten raus. Oha. Es waren 97, irgendwas Prozent. 97, das ist schon hart. Und auch nicht 100, wahrscheinlich, weil ich so zwei Thesen übersprungen hatte, wo ich mir nicht ganz sicher war, was die damit meinen und was ich davon halten soll. Und es wüsste ich nicht, was für, wie drücke ich es denn diplomatisch aus, für Vollidioten da drin sitzen. Oh, oh, jetzt musst du aber aufpassen. Wir haben einen leidenschaftlichen Zuhörer hier, der für die Piraten an den Start geht. Die Piraten sind inhaltlich sehr stark, also zumindest in Thüringen offenbar. Aber ich kenne halt die Leute, und ich nehme das Vollidioten wieder zurück, aus Gründen, weil ich nicht ins Gefängnis will, nee, weil ich keine Strafe zahlen möchte. Wüsste ich nicht, was für Pappenheimer da sitzen, bei den Piraten in Thüringen, würde ich die auch fast wählen. Ich bin auch mal fast eingetreten, als ich 18 war. Aber jetzt würde ich lieber in die Gesichter eintreten von manchen Leuten. Ja, vielleicht können wir ja mit so einem Piraten mal in den Dialog treten. Ey, echt, er weiß es selber, es gibt einen, den hasse ich wirklich. Es gibt wenig Menschen, auf der Erde, die ich hasse. Jetzt mal Neonazis ausgeklammert. Aber so Menschen, die ich persönlich hasse. Nicht mal ihn. Kevin Russell sage ich, der ist mir einfach fuck egal. Aber es gibt einen, er weiß es auch, den hasse ich abgrundtief. Okay. Und wie viel Prozent müssen die kriegen, dass wir uns einen Pirat hier in die Sendung holen? Weil wir müssen ja auch, das muss ja auch für uns was bringen. Wir müssen ja ja Cross-Promo dann machen. Es gibt Mord und Trotschlag. Und das machen wir nicht mit so einer 0,1%-Partei, oder? Es gibt auch so Piraten, die ich mag. So, aber der eine macht es mir halt richtig madig. Und die haben auch, die haben sich auch bundet... Captain Hook oder wer? Genau, der. Captain Igloo. Ne, es gibt da echt so ein, zwei, die ich echt mag, so aus Erfurt, so ein paar Piraten. Ähm, das sind echt richtige Freaks, aber sympathische Freaks. Okay, laden die ihre Musik über Napster? Äh, möglich. Okay. Ich musste auch letztens Kindern erklären, ähm, was, Piraten-Partei? Kann man hier etwa Piraten wählen? Kommen die dann so mit, mit einem Haken und Augenklappe ins... Und mit Kreuzen auch, ja. Genau, da habe ich gesagt, nicht ganz, aber so ähnlich. Ja, jedenfalls Piraten, ich glaube, denen ist es ein Prozent oder so. Aber die sind nicht relevant. Also, ich würde für die jetzt nicht... Also, ich sage, wenn sie zwei Prozent schaffen, dann holen wir uns einen Piraten hier rein. Gerne. Dann lohnt sich die Cross-Promo. Ansonsten, glaube ich es einfach. Aber ich sage jetzt einfach mal zwei Prozent, weil ich will, aber das wird halt... Also, sind wir mal ehrlich, also bitte zwei Prozent. Mehr gibt es auch nicht. Also, ich glaube, klar, es gibt noch die freien Wähler. Die blauen haben ihren Wahlvorschlag zurückgezogen. Also, die hier von Forke Petry. Gibt es die grauen hier? Keine Ahnung. Die ML... MLPD gibt es noch. Stimmt, die war relativ aggressiv auch. Aber die schaffen es nie über ein Prozent, glaube ich. Die haben hier Trommeln gespielt vor Radiolotte, ja? Ja, die machen auch einen sehr revolutionären Eindruck und so, aber diese... Ich beuge die auch sehr kritisch, aus vielen Gründen. Ihr könnt gerne einen Brennpunkt-Hörerwunsch kaufen zum Thema MLPD. Oh Gott. Aber ich möchte jetzt nicht unsere schöne Podcast-Zeit verschwenden für die MLPD. Apropos Podcast-Zeit. Die MLPD. Wir sind jetzt in der 24. Minute und sollten demnächst anfangen, über international relevante Themen zu sprechen. Zu diesem Zwecke öffne ich mein Mobiltelefon und schaue nach, was für lazy tolle Notizen ich mir gemacht habe. Um eine Überleitung zu finden, Mike Mohring, der Spitzenkandidat der CDU hier in Thüringen, der auch sehr aggressiv in den Wahlkampf geht, der hat erst kürzlich den Krebs besiegt und plakatiert jetzt so Sachen wie für Thüringen kämpfen, wie er auch so ganz kämpferisch guckt irgendwie. Ja. Und er hat richtig krasse Morddrohungen bekommen. Er hat eine E-Mail veröffentlicht. Und es ist auch ein bisschen lustig, weil diese Gruppierung, die ihm geschrieben hat, nennt sich das Staatsstreichorchester. Also sie streichen den Staat und haben Mohring aufgefordert, aus dem Wahlkampf zurückzutreten. Sonst wird das gleich mit ihm passieren wie mit Julia Rehkers oder wie die heißt. Die haben sich bei einer Wahlkampfanstaltung nämlich kaputt gestochen. Lebt noch, zum Glück, aber... Dann bist du ja nicht kaputt gestochen, dann bist du nur... Die war schon kaputt rübergehend. Ja. Und sie wollen ihn abstechen oder sein Auto hochgehen lassen und so. Er hat eben diese E-Mail öffentlich gemacht und kämpft gerade mit diesen krassen Drohungen. Ein großer Spaß. Von rechts übrigens. Grüße gehen raus. Rechtsradikale. Mike. Mike Mohring, halt durch. Ich will nicht, dass du MP wirst, aber ich will, dass du lebst. Aber wo wir gerade von Parteien austritt und raustreten und Ministerpräsidenten, du solltest dir das mit dem Herrn Höcke mal merken. Denn, ich hole jetzt ganz weit aus, wir berichten seit vier Monaten oder so, also knapp nach Beginn, eigentlich ziemlich genau zu Beginn berichten wir über China. Ich möchte noch ein zweites Mal, ich weiß, ich habe das schon mal getan, aber uns und die Brennpunkt-Hörerwunsch, äh, nicht Hörerwunsch, ach, was weiß ich, was das hier für eine Scheiße ist, Brennpunkt-Internet-Zuhörer, möchte ich loben. Seit vier Monaten wisst ihr bestens Bescheid über die Situation in Hongkong, während sie erst in dem letzten, ja, im letzten Monat, vielleicht auch in den letzten zwei Wochen erst so richtig, wenn überhaupt, im Mainstream angekommen ist, ja, darüber zu sprechen. Ich bekomme gar nichts mit, nur deutlich. Ja, aber in den Nachrichten ist es jetzt halt, ne, schon da. Wir haben auch über, wir haben auch über Amazon-Brände und so, haben wir früher berichtet als relevant, beziehungsweise gut, wir haben aufgenommen, aber die Sendung wurde erst veröffentlicht, als es dann bei allen, was ich damit sagen will, ihr seid hier so früh wie möglich über alles informiert, was relevant ist, das ist der absolute Wahnsinn. Hallo, schönen guten Tag. Und, äh, der Punkt ist, ich habe wieder so eine krasse Sache, denn nicht nur in Hongkong ist jetzt so ein Scheiß am Dampfen, sondern auch unter anderem in Chile und im Libanon. Oh. Und, äh, im Libanon ist gerade auch so ein Bürgerprotest und der wurde jetzt richtig losgetreten durch ein virales Video, wie eine Frau einen Ministerpräsidenten in den Kick in the Dick, in den Schwanz tritt. Oh, in den Hohnensack. Ja. Ja, äh, und da möchte ich sagen, stell dir das mal vor, hier in Deutschland, ja. So fangen die besten Bürgerkriege an. Ja, es geht, der Bürgerkrieg geht los, weil Bürger wird Ministerpräsident und irgendeine Frau kommt daher und tritt die in den Sack. Ja. Ja. Würde ich voll feiern, die Frau. Das ist wieder typisch, Tino, der findet wieder Gewalt gut. Jetzt habe ich dir aber eine schöne Falle gestellt. Als Symbolik. Ich finde nur symbolische Gewalt gut. Ja, symbolisch in die Eier treten finde ich angemessen. Gerade bei Bernd Höcke. Symbolisch, als Comic, hypothetisch gemeint. Also ich meine jetzt natürlich geistig in die Eier treten. Ach so, nur wenn man jetzt in der Karikatur darüber sehen würde. Zum Beispiel, oder mit ihm diskutieren, vielen Dank, und ihn dafür in die Hoden treten. Ach so, verbal. Verbal, genau. Die Eier wegfransen. Richtig. Ja, alles klar. Ja, und das ist mit Liban und los, das ist ganz toll und, ach fuck, übrigens, habe ich es auch falsch gesagt, weil früher Morgen ist. Ist egal. Es war der Bodyguard vom Ministerpräsidenten, aber fürs Bild ist es natürlich geiler für dich. Stimmt. Der Bodyguard ist ja eher langweilig, das kann ja irgendwer sein. Ja, es stimmt, aber trotzdem. Es ist viral gegangen, ist natürlich bei euch nicht angekommen, aber da brennt.internet so geil alles informiert, ja. Auch die Frau, die hier gerade reinkam, hier ins ganz Studio, wo ja immer Tag der offenen Tür ist. Ich hasse alles. Ja, er hat gerade so Daumen nach oben gezeigt, als ich meinte, ich will Bernd Höcke in die Eier treten. Gewalt. Also hypothetisch immer noch. Ja, geil. Genau, und in Chile gibt es auch so ähnliche Proteste, sehr groß. Klingt ja fast so wie China. Chile, China. Ja, stimmt. Deswegen wahrscheinlich. Ne, und davon ist ein Video relativ abgegangen, wie die Schilenen eine Taktik verwenden, mit Tränengas umzugehen, die sie im Subreddit von Hongkong quasi gesehen haben. Da waren sie sehr emotionalisiert, oder? Wie bitte? Die waren sehr emotionalisiert an dir. Tränengas. Du kannst halt irgendwie das Tränengas, bevor das da sich überall verbreitet, machst du irgendwie irgendwas drauf und machst irgendwas dazu. Ich weiß es gerade nicht, ich kipps Wasser drauf. Irgendwas, laber mich nicht voll. So gut informiert bin ich dann früh um acht, doch nicht. Aber diese Technik haben sie in Chile angewendet, da haben sie sich bei Hongkong bedankt, weil die das da, dass es da schon gang und gäbe, Tränengas so zu entschärfen. Die haben quasi die Lanze gebrochen für derartige Einsätze. Ja. Ja, ist doch toll, dass es auch in Chile so funktioniert und klappt. Da freue ich mich für die Chilinesen. Und wo noch? Libanon? Zwei völlig unterschiedliche Sachen, aber ja. Also es gibt bestimmt noch mehr Proteste auf der Welt und es wird bestimmt gerade auch ein bisschen mehr so. Aber laber ich nicht voll. Ich muss noch eine halbe Stunde Sendung voll kriegen. Naja, aber zum Thema so, ich bin immer noch bei dem Thema hypothetisch in die Eier treten. Da bist du hängen geblieben. Hängen geblieben. Es gab auch so schöne Ausschnitte aus Stern TV als Halaschka und so ein alter Opa. Halaschka-Likow. Genau, Halaschka-Likow. Hagar-Marius. Halal. Und so ein Opa, dessen Vater ein Nazi war. Also wirklich ein Nazi. Das sag ich jetzt nicht nur so. Der war wie Hitlers Rechtsanwalt oder sowas. Rechtsanwalt. Und die haben mit Jörg Meuthen diskutiert und haben ihn halt konfrontiert mit irgendwelchen AfD-Zitaten und hat sich da immer schön rausgeredet. Und dann haben die den Ausschnitt gezeigt von Gauland, wie er sagt. Einen geilen Ausschnitt von Gauland? Genau. Hat ja so ein geiles Dekolleté. Ja, genau. Und da, wo er gesagt hat, so, äh, was war es? Nicht, wir werden sie jagen, sondern wir werden sie entsorgen irgendwie. Unsere politischen Gegner werden wir entsorgen. Da hat er sich versprochen. Er hat gesagt, er muss sich um sie sorgen. Das dachte ich auch zuerst. Das war leider wieder von diesen dummen Zufällen. Ja, aber Meuthen hat dann auf Nachfrage gesagt, okay, das ist eine Wortwahl, die ich jetzt nicht benutzen würde. Und dann hat Halaschka, Moment, wir haben auch einen Ausschnitt von Ihnen. Dann sagt Meuthen, ähm, ich würde nicht nur diese Person entsorgen, ich würde noch viel mehr Menschen entsorgen. Und dann saß Meuthen erstmal da. Ja, das ist ein Ausdruck, ähm, der ist übertragen gemeint und damit meint man, dass man Menschen aus der politischen Verantwortung einfach entlassen möchte. Und da haben die ihn echt so 10 Minuten gebasht und dann war am Ende so, das war wieder typisch, kurz vor der Thüringenwahl, hier ein AfD-Bashing zu machen, das finde ich unfassbar. Haben Sie in Buchenwald auch Menschen aus der politischen Verantwortung gezogen? Die Gaskammern, die, also es gab im Buchenwald glaube ich keine Gaskammern, ich glaube es war ja, war ja irgendwie nur, genau. Nein, in den Gaskammern, da sollen die nicht ausgerottet werden, nein, die sollen nur aus ihrem Leben entlassen werden, aus ihrer Verantwortung atmen zu müssen, entlassen werden. Ja, Euphemismen sind der Hammer. Radikal-Euphemismus, kann man sagen. Ja, ja, ja. Apropos radikal, dieser komische Punker da mit den blauen Haaren, der arbeitet jetzt bei Zeit Online, er schreibt da alle zwei Wochen. Ritzo. Ja. Das Hotel da, genau. Ich hab das Bild schon gesehen, wo er so irgendwie ein Selfie von sich macht, aber in die richtige Kamera reinguckt. Ja. Was ganz komisch aussieht. Dumm. Da macht er jetzt eine Kolumne alle zwei Wochen, ne? Genau. Carla Kolumna. Hat schon eine gemacht und hat da drüber geredet, hey, lass doch mal die Gamer in Ruhe. Aber wenn er so schreibt, wie er spricht, immer mit diesem, ey, ja, lol, ey, dann wird's super, glaub ich. Ja. Gut, haben wir auch mal drüber gesprochen. Der rät so. Da mir grad zu kalt ist, würde ich noch eine Antwort. Achso, du halt. Ne, zum Thema China dachte ich noch, du warst noch gar nicht fertig. Ja, wir waren noch gar nicht bei China, ich war bei Chile. Achso. Hallo? Zu China, Alter. Dann weiter ein Programm. Ich ladere dir die Buchse weg, das kannst du wissen, ich hab da ja aber sowas von. Hast du noch China-Sachen? Dann heb ich's mir auf. Ja. Ne, dann sprechen wir jetzt über China, toll. China, Hongkong. Ich wollte so eine geile Überleitung bringen, weil in Katar ist es kalt, ne, scheiße, nicht kalt, aber ist egal. Kommen wir gleich zu Katar. In China ist es heiß. Ja. Es geht zwar um China. Jetzt aber China, komm, China. Aber nicht. China weilt. Aber nicht in China. Und zwar gab es doch vor ein paar Tagen so einen LKW, der auf dem Weg nach Großbritannien war. Und in diesem LKW, der ist gefahren. Und in diesem LKW wurden 39 Leichen gefunden. Ach stimmt, ja, das hab ich mitgekriegt. Warum hab ich mir das nicht aufgeschrieben? Tja, und es kam raus, es sind Chinesen. Ja, ja, ja. Und die Spekulationen fangen natürlich an, aber ich hab dann ein bisschen recherchiert entgegen meiner Natur. Ja. Und es ist schon seit Jahren Gang und Gäbe, dass irgendwie Chinesen da über LKW illegal nach England einwandern. Und in dem Fall ist es halt dumm gelaufen, weil der LKW zu kalt war. Er hat dumm gefahren eher. Die sind alle erfroren irgendwie. Und der LKW-Fahrer wusste nichts angeblich von dem Ganzen. Ist erst mal inhaftiert worden, wegen halt illegaler Migration oder Beihilfe dazu. Aber alle seine Freunde und Familie sagen, er wusste davon nichts. Und er transportiert immer irgendwelche Geschichten hin und her. Geschichten. Ja. Ja, warum hast du das nicht aufgeschrieben? Ich hab's auch mitbekommen. Also sie sind wahrscheinlich erfroren, sagt man. Und das passt aber gerade zum Thema China und so. Guten Morgen. Passt zum Thema warm und kalt. Hi, ne? Wir nehmen auf, ja. Aber schneiden nichts. Du bist jetzt drin. Bist zu sehen. Ach, das weiß er doch selber. Er ist doch durch die Tür reingekommen. Da weiß er doch, dass er drin ist. Ach so. Martino. Sorry. Es ist früher Morgen. Also Mann. Das ist meine erste... Weißt du, wo den Chinesen das nicht passiert wäre? In Katar. Weil's da warm ist. Richtig. Da ist es jetzt so warm. Dass sie anfangen... Äh... Wie heißt das, Alter? Wie heißt das nochmal? Wie heißt das nochmal? War noch fünf Minuten. Nee, 25. Das ist das Schlimme. Mann. Äh... Fuck. Klimaanlagen. Schweres Wort. Sie verwenden jetzt... Der war jetzt angepisst ein bisschen. Ist der wieder draußen? Er ist draußen. Können wir endlich ablässern. Meine Fresse. In Katar verwenden sie jetzt Klimaanlagen für den Außenbereich. Ah. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Macht der Sinn. Ja, weil's da jetzt so fucking heiß ist mittlerweile. Air conditioning the outdoors. Ja, da steht dann so riesige Kühlschränke rum, die natürlich ihren Strom durch fossilen Brennstoff bekommen. Was das Ganze noch mehr beschleunigt und noch mehr, ne? Großer Spaß. Also wie immer nur die Symptome bekämpfen, aber nicht die Ursachen. Aber das Wichtige ist, dass wir dann da die WM veranstalten und dass wir das abfeiern, wie toll das da ist. Die Fußball-WM? Ja. Ich hoffe, ein paar Fußballer sterben dabei. Welche? Alle. Achso, alle. Naja, wenn's da so heiß ist, dass du einen fetten Hitzekoller kriegst und einfach... Ja, den Manuel Neuer mag ich ganz gerne, der ist sympathisch. Der darf überleben, ja. Ja, aber ansonsten bin ich da so auch dafür. Ach, der Manuel Neuer, weil das so ein Urdeutscher ist, ja, aber die anderen im Fußballkader... Boateng und... So hinterkundig sind, ja, ja, okay. So einer bist du. Also sterben jetzt übertragen gemeint, und zwar, dass sie einfach aus dem Fußball ausscheiden. Achso, so ist das Gegenteil von einem Euphemismus. Ich hab keine Ahnung. Ja, das halt. Euthanasie-Filmismus. Egal. Das also auf jeden Fall zu unseren Freunden aus Katar. Dann komm, jetzt haben wir so viel über China geredet, jetzt sollten wir am Anfang über China reden. Mach mal. Also auf Reddit zum Beispiel war diese Woche das größte Ding, das mach ich ja, das hab ich jetzt schon mehrfach gesagt. Immer mal gucken, was von allen Subreddits das am meisten hochgewonnete Ding ist. Und das war diese Woche... Fuck, wir wollten eigentlich professionell sein. Das ist mir auch gerade eingefallen, in dem Augenblick. Letzte Folge haben wir gesagt, ab jetzt sind wir richtig professionell mit Jingles und so. Und jetzt liege ich hier da, Alter, und fließe ins Mikrofon rein. Und wir sitzen hier im Ranz-Studio und haben nichts vorbereitet. Ja, wir verschieben das mal noch eine Woche, würde ich sagen. Ich kann einen Jingle herstellen. Daily Reddit Top Posts, ah nee, Weekly. Nice. Okay, das war ein Bild von einem der wenigen Millionäre aus Hongkong, der auch auf die Straße geht. Also es ist ja eher so die Revolution des einfachen Volkes. Hast du noch so ein Taschentuch? Langsam wird's echt räudig. Aber auch Millionäre sind ja einfache Menschen. Ich wär's dir mal rüber. Das ist richtig, aber es gibt ganz wenige, die da wirklich mitmachen. Und er ist aber auf der Street und ein Foto von ihm ist halt da viral gegangen, ist der Top Post diese Woche. Ich weiß gerade leider nicht, wie er heißt. Moment. Xing Meng Dong Ling. Das ist rassistisch. Ich weiß. Aber finde ich okay. Danke. Jimmy Lai heißt er übrigens. Jimmy Lai. Oh. Thomas Müller. Ja. Ein chinesischer Millionär. Ja. Es ist sogar ein Billionär, Alter. Wow. Und wie wir in 40 Folgen Brennpunkt Internet geschafft haben, endlich umzurechnen, heißt das, er ist Milliardär. Also hier wäre er ein Milliardär. Ja. Es ist ja auch wie diese Millionärs-Shows so in den ganzen Ländern. Also wenn du Millionär in Japan bist, hast du abgelost, weil das ja viel weniger ist. Also ein Lob geht raus an Jimmy Lai, einer der wenigen prominenten Menschen, die an der Frontline mitmarschieren in Hongkong. Grüße gehen raus an Jimmy Lai. EU. Ja. Unsere EU. Unsere. Hat einem Uigur-Aktivisten den Menschenrechtspreis verliehen. Schön. Und das ist schon mal eine schöne Geste gegen China. Das ist eine symbolische Geste, die so ein bisschen Solidarismus ausdrückt. Solidarismus. Gibt es das? Ich muss das hier, so viele hören den Podcast nicht von den Leuten, die dann das Video schauen. Aber ich muss jetzt hier mal fragen. Meinst du, ich habe so eine Idee. Ich würde gerne ein Video machen. China in real life. Im großen Winnie-Pooh-Kostüm. Meinst du, es ist zu hart, wenn ich dann in Buchenwald in diesem Kostüm stehen würde und fragen würde, ob hier diese Uigurenfriedhöfe sind? Ich würde die gerne plattwalzen, so mit einer Schaufel in der Hand. Es wäre ein sehr krasses Bild von dir im Winnie-Pooh-Anzug hinter diesen Drahtzäunen vom Buchenwald oder auf dem Weg dahin. Aber also der Punkt ist ja, also die, nicht die Punchline, aber so die Aussage soll ja im Prinzip sein so, dass im Buchenwald, das ist ja super Outcry, so halt, Alter, was geht da ab, das kannst du nicht machen, so. Aber bei diesen Uiguren-Dingen, das stört halt keinen mehr. Die lassen mich da ähnlich hin. Ja, ich will nicht rein so, aber irgendwie jemanden am Einlass fragen oder so, weißt du? Beim Ticketschalter, Familienrabatt. Also ich verstehe deine Intentionen völlig, aber ich glaube, das wird mega missverstanden. Und es gibt auch Menschen, die wollen missverstanden werden oder die wollen dich missverstehen. Und dann werden die dir kommentieren, das kann so dein Logan-Paul-Moment sein, dein Suicide Forest sein, dass alle dich hassen. Suicide Forest, hast du gerade gesagt, im Buchenwald wurde nur Selbstmord? Nein, das war jetzt ein Vergleich zu Logan-Paul, dass es dein Ding wird, dass dich alle hassen werden. Dann kommen nämlich so Kommentare, wie du hast, du tanzt auf den Gräbern der Juden und du machst dich lustig über den Holocaust. Das wird kommen. Auch wenn ich persönlich deine Intentionen verstehe und das nicht kommentieren würde. Ja, es ist halt schon... Also ich würde es dir nicht empfehlen, das zu tun. Ich würde es mir an sich selber auch nicht empfehlen, aber ich finde es halt schon gut, muss ich sagen. Aber das Bild ist krass, so von Winnie Pooh und Buchenwald und dann diesen Überschlag sich zu China erschaffen. Das Ding ist, theoretisch kommentiere ich in diesem Vakuum ja gar nicht irgendwas über Juden. Ich stehe halt nur da, weißt du? Und frage, ob hier diese Uigurengräber sind, was ja eigentlich, hat ja alles gar nichts damit zu tun. Ja, weil die auch in Lagern irgendwie, ja ich weiß, aber das ist trotzdem Buchenwald so und das steht für sich schon so als Judending, wollte ich fast sagen, aber so, da ist halt die Juden gestorben und... Buchenwald, das Mekka der Juden. Oh Gott, das hast du jetzt gesagt. Also es wird... Ne Leute, ey, also wir hatten das vor drei Sendungen schon mal, vielleicht ist das der Zeitpunkt, das anzusprechen. Da haben wir dann eine E-Mail bekommen, weil das im Radio gehört wurde. Äh, deswegen hier ein Disclaimer. Okay, wir haben heute die Triggerwarnung am Anfang vergessen. Liebe Leute, Triggerwarnung, ja. Eigentlich weiß das jeder, aber wenn jemand zufällig hier reinhört, dann könnte er vielleicht überrumpelt werden. Oder sie. Oder es. Je nachdem, was euer Pronomen nun mal ist. Mir auch egal. Äh, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Der Punkt ist, wir machen ja hier Flachs. Bei manchen Sachen sollte man vielleicht keinen Flachs machen, sagt der eine oder andere, aber ich glaube, entweder über alles Witze machen oder über gar nichts. Und wenn ihr nicht dieser Meinung seid, dann ist das halt einfach nicht eure Sendung. Das ist auch völlig in Ordnung. Und dann schaltet ihr ab. So. Ansonsten, äh, ja, also wir sind... Wir sind keine Holocaust-Leugner. Ich bin da völlig d'accord mit zu sagen, dass das das schlimmste Verbrechen an die Menschheit ist. Und genau deswegen... Ihr habt ja auch den Kontext eigentlich mitbekommen. Genau das Gleiche passiert gerade in China mit den Uiguren und kein interessiert's. Also schon mittlerweile auch ein paar mehr. Das war der Überschlag, den du machen wolltest zu der Geschichte. Und, äh, jetzt versteht ihr das auch. Also regt euch nicht auf und schreibt wieder irgendwelche E-Mails. Oh, was ist da? Da wurde ein geschichtlicher Kontext hergestellt. Da kam ja der liebe Shanghai zu uns, der, der... Ich weiß nicht, was der für ein Chef ist. Was macht der hier eigentlich? Der sitzt immer nur da. Er ist nicht Programmchef, aber er ist irgendein Chef von hier. Und er meinte so, er hat eine E-Mail an dich weitergeleitet, so nur zur Kenntnisnahme. Und es gab auch keinen Ärger, aber der Typ hat schon konkret uns kritisiert, dass wir mit irgendwelchen Begriffen wie Holocaust und so sehr laxig umgehen. Und den wollten wir eigentlich vorlesen, auch anrufen vielleicht sogar und mit ihm das klären. Und dann kam MCM und es hat irgendwie nicht so ganz gepasst. Hat sich für mich schon irgendwie erledigt wieder, das Ganze. Vielleicht hört er ja, der ist bestimmt mittlerweile Stammzuhörer geworden. Also Grüße gehen raus. MCM? Nee. Unser Kritiker. Ja, auch Kritiker. Wenn ihr auch mal so Gast sein wollt, liebe Kritiker, kommt vorbei. Wir laden euch immer ein und schreibt uns E-Mails, Briefe, Radio Lotte, Goetheplatz, irgendwas, zu Händen, Brennpunkt, Internet. Googelt mal selber zur Sicherheit nach und schreibt uns. Ihr könnt auch einen Hörerwunsch kaufen. Ja, also wie gesagt, man kann uns gerne irgendwie schlechten Geschmack oder sowas nachsagen, aber wirklich, ich finde es Schwachsinn irgendwie bei Humor Grenzen zu ziehen. Entweder alles oder gar nichts. Also anders funktioniert es einfach nicht. Weil jeder steckt das dann für sich selbst individuell, wie er möchte. Du kannst da nicht irgendwie eine offizielle Linie ziehen und sagen, okay, also hier geht es nicht weiter. So über jemanden, der gestorben ist, macht man keine Witze so. Ja, wir diskutieren auch in der Partei sehr oft über solche Geschichten, so Grenzen von Satire und hatten ja auch schon richtige internationale Gäste da, so von der Apfelfront irgendwie, die haben so einen Ableger irgendwie in Tschechien oder Polen, keine Ahnung, die Knoblauchfront, da haben wir auch dann auf Englisch diskutiert. Ich finde persönlich, dass die Grenzen der Satire oder die Grenzen des Witzes subjektiv sind. Du kannst für dich sagen, mir geht das zu weit, aber das muss nicht für mich stimmen. Ich verstehe trotzdem, wenn Leute sagen, sie fühlen sich verletzt oder sie finden solche Witze nicht gut. Aber das heißt nicht, dass man dann ein Verbot ziehen sollte daraus. Du kannst für dich sagen, es ist geschmacklos, du kannst mich gerne hassen, aber es gibt glaube ich kein Gesetz dafür und es sollte auch keins geben, dass das verboten ist. Sonst enden wir ganz schnell so wie in China. Genau, zum Beispiel. Denn, da gibt es noch ein, zwei Sachen zu sagen, die NBA war ja groß in der Kritik und da hat ein Produzent und Aktivist Andrew Duncan 300 Tickets gekauft für so ein Spiel und hat da nur solche Hongkong-Aktivisten reingesetzt, die dann alle in der typischen, mit einem schwarzen Mundschutz und wenn man sich das Auge so zuhält, ist auch so ein Zeichen. Das hat zum Beispiel neulich auch so ein Magic-Spieler gemacht, dem ist zum Glück nichts passiert, also Magic scheint da halbwegs tolerant zu sein, anders als andere Firmen und so weiter. Hatten wir ja auch schon zur Genüge, Blizzard, du Bastard. Und ja, das ist alles ganz toll, da saßen dann 300 solche Hanseln rum, die die ganze Zeit eher halt ihre Gesten gemacht haben, statt das Spiel zu schauen. Oh. Achso, Granted Tarantino hat noch gesagt, er will seinen Film Once Upon a Time in Hollywood nicht schneiden für den chinesischen Markt, was ja schon mal ganz schön ist. Konsequent. Also es war halt so eine Riesennachricht, weil es gerade relevant ist, so mit Hongkong und so. An sich hat er einfach nur gesagt, wurde ja gefragt, äh, schneiden Sie einen Film? Und er sagt nein. Also es ist nicht wirklich so eine krasse News, aber es ist ja schön, dass er das zur Hand hat. Es wurde wohl Kritik geäußert an seiner Bruce Lee Darstellung. Das hätte irgendwie verändert werden müssen. Aus China kam die Kritik. Ja. Aber das ist ja nicht der Einzige. Ich glaube, Elton John hat auch gesagt, dass er diesen, seinen biografischen Film in Russland auch nicht schneiden will, aber die homosexuellen Szenen rausholen. Achso. Dann lieber gar nicht zeigen, als das zu schneiden und zu verfremden. Äh, der, äh, US-Kongress, der hat einen Brief schickt an Blizzard für dieses, der hat ja, äh, Blitz-Jung, hatte ich ja vor zwei Wochen, glaube ich, mittlerweile, Blitz-Jung erwähnt, das ist ein, äh, äh, nicht Half-Stone-Spieler, oder? War es Half-Stone? Ich glaube, ja. Ach doch, der gewandt wurde. Der halt, der gemandt wurde und sein Preisgeld entzogen und so. Und der Kongress hat jetzt an Blizzard einen Brief geschickt und hat gesagt, dass das ein Skandal ist und dass das rückgängig gemacht werden sollte. Überleg dir das mal. Wenn ich es ernst meine, sollte der Kongress einfach ihm das Geld überweisen. Stimmt. Meine Meinung. Nee, aber lass dir das mal auf der Zunge zergehen, das ist echt, wir sind in der Dankest-Timeline. Stell dir vor, irgendwie, gut, deutsche Spieleentwickler gibt es nicht so viele, aber stell dir vor, irgendwie, der Bundestag schickt persönlich, äh, was heißt persönlich, aber der Bundestag schickt, schloss irgendwie einen Brief an deutsche Spieleentwickler und sagt, äh, mach das mal nicht, band das mal nicht, so. Das ist schon irgendwie strange, oder? Es wird eher andersrum passieren. Also ich befürchte ja tatsächlich, dass wir irgendwann einen rechten Umsturz haben werden in Deutschland, so wie wir es in vielen Staaten und Ländern in Europa erlebt haben und dass wir uns noch wundern werden in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Huch, aber wie können wir uns denn wundern, wenn du jetzt schon davon sprichst? Ach so, ja. Hier, hör dir es zuerst, liebe Leute. Ich bin da noch ein bisschen optimistisch. Ich merke das auch, dass es immer weiter irgendwie so in diese Richtung geht, aber... Wir besprechen uns in 15 Jahren wieder, wenn wir irgendwo inhaftiert sind. Habe ich dir ja gestern was Schönes geschickt, ne? Und es ist halt einfach so. Von Precht. Ja, also ich habe es auch im Podcast schon mal so ähnlich gesagt. Das Ding ist ja, du kannst halt in der... Also es verändert sich gerade alles so schnell. Globalisierung, ja, und künstliche Intelligenz, Internet, all das, bla. Da kannst du nicht sagen, äh, früher war alles besser, wir stellen das jetzt wieder her. Das funktioniert halt so einfach nicht. So, und das ist halt so der Grundtenor von rechten Parteien. Soll ich mal einspielen? Kannst du machen. Jingle? Der Rechtspopulismus speist sich aus Leuten, die Angst vor der Zukunft haben und die mit Gewalt in etwas zurück wollen, was man nicht wiederherstellen kann, weil es ihnen an guten Ideen für die Zukunft mangelt. Ja. War nicht sehr schön auf den Punkt gesehen. Was ja an sich für mich nichts Neues ist. Also ich kenne auch diese Logik und diese Erklärung. Und ich finde es schön, dass du es jetzt auch entdeckt hast. Ne, wie gesagt, ich habe das im Podcast auch schon gesagt. Aber ich finde, das ist halt an einem Satz echt krass auf den Punkt gebracht. Deswegen war ich da so erstaunt. Ich war sehr enttäuscht, weil ich sehe bei Telegram eine neue Nachricht von dir, bester Mann. Und ich dachte, oh, er meint mich. Und dann sicher David Precht. Ja, guter Mann, der redet auch öfter mal vom bedingungslosen Grundeinkommen. Wie dem auch sei. Es gibt ja auch eine Partei zur Landtagswahl. Ach, da gibt es eine Partei auch? Ja, eine Partei gibt es, die kann man wählen. Ist das die gewählend-Robben-Partei? Mit die MCM so aggressiver. Die gibt es, genau. Spitzenkandidat ist MCM. Ah, okay. Und auch eine Grundeinkommen-Partei. Die haben nur diesen einen Programmpunkt. Okay. Ja, sweet. In dem Beitrag, den ich da hatte, hat Richard David Precht bei Das Ausrufezeichen. Da gab es auch einen Gastbeitrag über zwei Frauen, die halt dieses bedingungslose Grundeinkommen gewonnen haben. Das gibt es ja da so als Charity. Ich mag da auch mit. Und wie grundsätzlich deren Leben sich verändert hat und wie entspannt die jetzt durchs Leben gehen und so. Aber die kriegen doch nur ein Jahr. Ein Jahr, aber die ältere Frau hat das so befreit, die war so psychisch einfach in so einem Trott drin. Und ist schon schön, was das für eine Wirkung haben kann. Das würde mir auch sehr helfen, aber naja. Das würde jedem wahrscheinlich sehr helfen. Ich glaube, mein Grundeinkommen.de heißt das und da kannst du jedem jemanden mit vernehmen. Ja, mach noch Werbung dafür. Je mehr da mitmachen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das gewinnst. Nein, ich bin ja auch solidarisch. Und vielleicht kriege ich ja auch eine Prämie von dieser Seite dafür. Okay. Weil die kriegen ja auch Geld, weil man kann ja 5 Euro im Monat spenden, dann hat man mehr Gewinnchancen. Ach, keine Ahnung. Es ist früher Morgen, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, ich hatte noch einen langen Tag vor mir. Ja. Ich habe zwar noch Sachen, aber ich würde jetzt eine kleinere Sache nochmal erwähnen wollen, bevor die Zeit zu knapp wird dafür. Und dann machen wir hier die Wochenbewertung und dann kann ich immer noch Sachen hinterher schieben. Ich bin auch ganz froh, dass wir den Namen Trump heute noch nicht gesagt haben. Danke. Da gab es eigentlich auch Nachrichten. Gerade heute kam noch was richtig krasses rein. Der hat in Irland irgendwie eine Rechnung von 100.000 Euro offen. Und da sind so Sachen drauf wie Wasser für 15 Dollar oder so. Es ist ganz, ganz skurril. Keine Ahnung. Ja, kannst du es leisten? Ja, nee. Also, nee, nee. Es sind halt Sachen. Warte, ich suche es lieber nochmal raus. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Es sind halt Sachen drauf. Also, es riecht sehr nach Korruption. Vielleicht waren es auch 100 Euro für Wasser. Also, so ganz, ganz komische Sachen. Selbst wenn, ganz ehrlich. Selbst wenn, das wird kein Schwein interessieren. Warte, warte, warte. Da, 975 Dollar für extra Kaffee, über 15.000 Euro für Slacks. Also, es klingt alles ein bisschen ganz komisch. Ich meine, er ist dick, ja. Und ich glaube auch, er ist sehr viel und sehr ungesund. Aber für 15.000 Euro irgendwelche Kuchen oder Brezeln oder was weiß ich, was da ist, Salzstangen, glaube ich nicht. Ja, also, es riecht erstens nach Korruption und zweitens ist es auch nicht so geil, wenn man, also, wenn ein Präsident so persönliche Sachen mit einem Land hat, weißt du? Das ist auch nicht so geil. Ich bin gerade so matschig im Kopf. Ich dachte echt gerade, ich bin wieder hängen geblieben bei dem Satz. Es riecht nach Korruption, gerade bei dir. Ja, da habe ich mir gerade so vorgestellt, wenn so blinde Leute sagen, irgendwie, auf Wiedersehen. Das sieht aber verdächtig aus. Ja, genau, auf Wiedersehen oder, wir sehen uns. Aber es ist halt ein normaler Sprachduktus, ne? Ja. Das ist mir nur gerade eingefallen, weil ich so matschig gerade im Kopf bin. Ich war ganz kurz wach am Anfang. Ist okay, ist okay. Was ich aber eigentlich sagen wollte, bis mir Trump wieder eingefallen ist. Ah ja, Trump. Nee, scheiß auf Trump. Ich habe den Film Parasite gesehen, möchte den allen bitte empfehlen. Der war, ich wollte erst am Samstag rein, letzten Samstag, und da war tatsächlich das Kino überfüllt. Also prozentual gesehen ist der sogar noch erfolgreicher gestartet als Joker, weil er einfach in weniger Kinos läuft. Und daran gesehen sind die irgendwie mehr überfüllt oder irgendwie so. Aber ein richtig guter Film. Auch toll. Wenn du dir nur ein Produkt herstellst, kannst du auch sagen, es wurden 100% verkauft davon. Ja. Nein, ja, trotzdem. Es ist ein guter Film. Der hat halt auch irgendwie die Goldene Palme gewonnen und sowas. Ist schon, oder war es Goldene Palme? Ja, ich glaube. Scheiß egal. Guckt euch an. Ist ein südkoreanischer Film. Sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, du hast das jetzt nicht so. Aber wenn man relativ viele Filme schaut, dann weiß man einfach, okay, ich gucke den Film jetzt. Ah, okay. Jetzt wird der Punkt abgearbeitet. Und dann am Ende passiert das und so. Eigentlich weiß man schon, was passiert bei jedem fucking Marvel-Film. Weißt du, okay, ja. Ja, die gewinnen am Ende sowieso. Das ist der erste Akt, okay, dann kommt irgendwas, kommt ein Bösewicht, alles klar. Und dann muss der Superheld bla machen und aha, und am Ende schafft das und so. Und den Film, den siehst du einfach nicht voraus. Du weißt, guckt euch am besten nichts davon an, Parasite. Es geht einfach nur um eine koreanische Familie. So ging es mir. Und es ist alles drin. Es ist jedes Genre vertreten. Es ist so geil. So ging es mir bei The Purge 2. The Purge ist eine geile Reihe. Ich habe nur den ersten gesehen. Und der zweite, der ist so absurd und du weißt echt nicht, was als nächstes passiert. Und die haken das auch nicht so richtig ab. Klar, es ist irgendwie logisch, bei solchen Filmen, dass am Ende irgendwie alles gut wird. Weitgehend, ja. Aber trotzdem weißt du nicht, was passiert als nächstes. Und ich habe einen ähnlichen Blick auf Filme wie du vielleicht. Ich gucke da auch sehr technisch drauf. Und ich kann mich einlassen auf Handlungsstränge und auf Spannungsbögen. Da kann ich mich, glaube ich, ganz gut rausnehmen und kann es genießen. Aber so technische Geschichten, so Kamerafahrten und Dialoge und wie sie spielen und Komparsen im Hintergrund, das kann ich nicht so richtig abschalten. Die Kamera ist so geil bei Parasite. Richtig nice. Wackelt die manchmal so ein bisschen auch? So authentisch? Und die Schwester, die ist auch süß. Die sieht süß aus. Die Schwester vom, ich würde jetzt sagen, der Hauptprogramm ist. Die sehen immer alle gut aus. Ich habe auch letztens das Gespräch mit einem Dramatogen geführt. Wir haben mal auf Schauspielschulen geschaut, so die Abschlussjahrgänge. Und das sind immer alles hübsche Menschen, immer. Und ganz wenig divers. Also es sind oftmals so weiße junge Leute, die gut aussehen. Du hast selten mal jemanden dabei. Ja, in diesem koreanischen Film auch. Es sind nur weiße junge Leute. Siehst du? Nein, ist nicht so. Für ihre Verhältnisse halt. Und bei uns ist es immer so, auch in Hollywood, das sind immer so hübsche junge Leute. Kaum irgendwie Asiaten, kaum Dicke. Aber Dicke will halt auch keiner sehen. Ich weiß, aber da liegt es ja eben auch. Weil die immer nur die schlanken, schönen Leute zeigen in Kinofilmen. Wenig Dunkelhäutige und auch so dieses alles so hetero. Obwohl im Showgeschäft, okay, da ist es eh nicht so eindeutig immer. Aber es ist schon sehr wenig divers. Auch an deutschen Schauspielschulen. So Tino, jetzt müssen wir ganz schnell noch die Woche zusammenfassen und abdingsen hier. Es war heute eine sehr persönliche Sendung, finde ich. Wir haben ja über unsere Probleme gesprochen und über die Landtagswahl. Und mir juckt die ganze Zeit meine Nase, meine Augen, alles. Man kann auch kurz beachten, dass jetzt für den Brexit irgendwie der Boris Johnson erneut nicht durchkam und jetzt Neuwahlen fordert und so. Das spielt noch so ein bisschen jetzt mit rein. Ich gebe dir aber auch trotzdem eine 4. Ja, würde ich auch sagen. Es ist echt nicht viel passiert. Ich bin bei 3,9. Naja, wir können schon auf 4 runden, aber es ist halt auch früh um 8 gewesen. Es ist nicht viel passiert. Es ist persönlich viel passiert. Ich wollte ihr noch anmerken. Ich hatte jetzt eine Diskussion auf Facebook von jemandem, der antikapitalistisch so irgendwie umgeht so und voll links ist. Aber letztens irgendwie gepostet hat, so sein McDonalds-Menü irgendwie, ja, wie geil und so. Da habe ich gesagt, was bist denn du für einer irgendwie, der antikapitalist ist und antikonsum und auf Facebook postet, wie geil es noch bei McDonalds schmeckt. Da hat er mich voll rund gemacht irgendwie. Warum er jetzt verzichten soll auf sowas, dass er jetzt so einen Einkauf getätigt hat und er eh nicht viel verändern kann. Wegen Store-Integrität. Und das fand ich so lächerlich. Also ich meine, klar, ich bin irgendwie bemühter Veganer, zumindest bin ich Vegetarier und Antikapitalist. Man kann doch so gut versuchen, wie es geht, irgendwie zu verzichten auf große Konzerne. Man kann vegetarisch leben und auch keine Werbung machen, wenn man dann doch mal für Nestle eingekauft hat. Man sollte das so gut wie es geht verhindern und das habe ich einfach nur versucht zu vermitteln. Man kann doch so gut wie es geht versuchen, das einzuschränken, die großen Konzerne zu unterstützen. Da hat er mich voll rund gemacht dafür. MCM würde sagen, Hater ignorieren. Es war eine Diskussion, die ich auch so ein bisschen angefangen habe. Tino, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, ich weiß, es hat mich nur genervt. Geben wir jetzt vier, ja? Ja, vier, komm. Sorry. Ich gehe eh gleich frühstücken, ich habe voll Hunger und ich bin müde. Ich wollte wenigstens noch, also es gibt eigentlich noch große Sachen, aber wir müssen die zusammenfassen. Also zweiter, zweiter, Alter, scheiße, Mann. Zweiter Strang von Polio wurde besiegt. Ja, wurde ausgelöscht. Polio ist nicht so gesund. Ach so. Es gibt drei Arten von Polio. Zwei davon haben wir jetzt besiegt quasi. Toll. Coca-Cola wurde die, was Plastik angeht, die am meisten verschmutzende hier Dings der Welt herausgestellt. Oh fuck, Alter, ich bin, heute ist Eloquenz. Eine Minute. Trump wollte erst sein, jetzt habe ich doch nochmal Trump gesagt. Oh toll, danke. Trump wollte erst sein, den nächsten G7-Gipfel in seinem eigenen Hotel hosten, was halt auch gar nicht geht. Hatten wir, glaube ich. Hatten wir und das macht er aber jetzt nicht mehr. Toll. Scheint irgendjemand gesagt zu haben, ey, Donnie, keine gute Idee, lass mal. Ach, doch eine 10 dafür. Nee, aber um ein letztes Positives rauszuhauen, in Nordirland wurde die Abtreibung und Homo-Ehe jetzt offiziell legalisiert. Ach stimmt, habe ich auch gesehen. Ein weiteres Land, was... Ja, selbstverständlich eigentlich, aber ist es halt doch nicht. Ja, ich glaube, es gibt es immer noch prozentual in weniger Ländern als... Na klar, in den ganzen afrikanischen Staaten ist es ja noch auf Todesstrafen teilweise. Okay, also, oh, die Musik im Hintergrund ist so laut. Ja, dick ist auch die Leute für unsere Laune heute, aber es ist so früh am Morgen, das machen wir nie wieder. Ja.